Wuhu! Gefreiter Marcel meldet sich zurück, um seinen Bundeswehrdienst abzuleisten mit Conker. Im letzten Part habe ich herausgefunden, was zu tun ist und werde jetzt die Aktion vollenden. Okay, im letzten Part, die Seite wurde schon vorzüglich weggebombt und jetzt zah boing. Okay, das war nichts. Zah boing. Ah, das war super. Sag tschüss, Mann. Und der Weg ist frei. So, was heißt das jetzt? Ist das Abteilgebiet hier schon verendet? Da ist jetzt der Käpt'n! Mann, nicht der Käpt'n! Der Sergeant! Der Oberhoffizier! Okay, kriegen wir von dir Geld oder was? Okay, ich bin weg. Was ist das? Was ist das? Warte, Soldat! Was zur Hölle ist das? Hey, warten! Oh! Ey! Ey, was soll das denn? Ey, der Arsch hat mich verarscht und mich niedergeschlagen! Oh, oh! Mann, wenn wir uns kein Geld hätte geben wollen, hätte er es doch sagen können! So, was passiert denn jetzt? Oh, mein Gott! Was zum... Oh, mein Gott! Habt man uns jetzt etwa hinterrücks zum Irak geschickt, oder was? Nach Afghanistan? Oh, okay, das sind alles Eichhörnchen, Kumpels. Cool! Was ist da passiert hier? Genau, erzähl mal, was los ist. Leute? Äh... Äh... Was soll denn das? Okay! Äh... Ganz ehrlich? Das kommt mir irgendwie gerade bekannt vor aus so einem komischen Film. Der Soldat... Äh, James Ryan war das doch, oder? Jetzt noch nicht, da kommt auch diese scheiß Anfangs-Strand-Szene, wo die alle sich abschnitzeln, da. Obwohl, der kommt doch bestimmt. Oh, ist ja gut, der jetzt. Oh, gleich erschossen, Alter! Oh, mein Gott! Ey, das ist die Szene, auch genau ins Wasser abgetaucht. Äh, kann der nicht schwimmen? Oder wurde erschossen? Oh, Feuer erschossen unter Wasser! Oh, nein, das ist Krieg! Alter, das ist doch wie in dem Film! Boah! Ein Massaker! Scheiße! Und wir sind mittendrin! Warum haben wir keine Waffe? Wir haben einen blöden Helm, aber keine Waffe! Boah! Oh, scheiße! Äh, jetzt auch diese komische Szene. Jetzt kommt ja auch der Typ, der seinen Arm sucht, oder so. Boah, war erschossen! Ja, tatsächlich, wie geil ist das denn? Dürfen die sowas eigentlich machen? Ist ja geil! Boah! Boah, voll an der Schossen! Ja, Mann, du saßt heute, ich bin auch weg von hier! Oh, mein Gott! Scheiße! Leute, wo wollt ihr hin? Leute! Boah, scheiße, die schießen da, wie die Bekloppten! Boah, boah, boah! Nicht mich! Boah! Boah, ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Hey, irgendwas hat mich getroffen, oder? Ich hab... Ich hab ein Loch in der Glasscheibe! Hä? Okay! Wo kann... Ich da... Ich kann ja nur hier lang! Ey, der hat vor durch den Fernseher geschossen! Leute, ich hab Angst! Oh! Boah! Boah! Okay, okay! Er hat aufgehört zu schießen! Wow! Wow, wow, wow! Oh, fuck, Alter! Hier geht's ja richtig ab! Wer... Was sind denn denn für die Typen, die auf uns ballern? Halt... Lungs, wo wollt ihr hin? Wartet auf mich! Leute! Wow, wow, wow! Wow! Das ist doch geil, ey! Leute, ey! Musst auf mich warten! Wow, wow, wow! Wow! Was versteckt ihr euch denn da, Mann? Versteckt euch unter dem Ding! Hä? 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 Wo will er denn hin? Bist du bescheuert? Wow! Ich versteck mich! Nein! Wow! Wow, verdammt, ey! Er ist tot! Ich hab zwei Einschusslöcher in der Pfeil-Scheibe drinne! Okay! Okay, Conker! Wir beide machen das! Die schießen hier wie bekloppt auf uns! Oh, weia! Krieg ich jetzt Schaden? Nee, oder? Oh, wie oft schießen die denn? Macht doch mal ne Pause! Ich rein jetzt einfach! Ah! Ah! Oh, wow! Oh! 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 Wo sind die anderen, Mann? Sind alle tot! Wir sind die Einsten, die überlebt haben! Das sind nicht genug, Mann! Nicht genug! Was ist denn los hier, Mann? Teddys? Das sind überall Teddys? Teddys? Ich hasse diese Leute! Ja! Guck runter! Das ist verrückt, Mann! Das ist verrückt, Mann! Ja! Oh, ey, scheiße! Die sitzen da oben und ballern mit Maschinengewehren auf uns rum! Oh! Er ist tot! Ach, du Scheiße, ey! Ich muss... Ich muss es tun! Ja! Konka, bist du verrückt? Richtig! Äh! Ich denke, du solltest B jetzt pressen. Okay, Mann! Wir ziehen das zusammen durch! Zack! Was zum... Alter! Geh' es raus! Boah! Konka raucht! Ähm... Okay, hab ich wieder ein cooles Ziel für ein Rohr? Natürlich hab ich ein geiles Ziel für ein Rohr! Ähm... Okay... Wow, wow, wow! Ist das fett, Mann! Okay, wo muss ich hin? Da ist ein Schloss! Aber ich brauch einen Schlüssel, oder wie? Ähm... Ich folg' hier erstmal der Schokolade und guck, ob ich nicht irgendwie... Nee, von hier kann ich keinen abballern! Von wo kann ich die jetzt abballern? Hier müsste ich eigentlich auch in Sicherheit sein? Genau unter ihnen? So! Okay, Leute! Ich hab zwar T5 bekommen! Aber das lass ich mir nicht gefallen! So! Okay! Wie soll ich denn da... Kann ich da irgendwie... Na, okay, ich seh' ja nix! Das bringt ja bestimmt nichts! Hm... Hm, hm, hm... Hm... So! Hier muss irgendwo was sein! Irgendwie ein TNT-Fass oder so, wo ich Gruff ballern kann? Nee, wo kann ich denn jetzt hin? Mit nur Schlachtfell will ich ja eigentlich nicht! Aber ich guck mal! Wenn ich hier Deckung suche... ...und dann irgendwie hier durchballer... ...treffe ich natürlich nicht einmal! Boah, Alter, ey! Wie die daneben schießen, Alter! Gibt's ja gar nicht! So, okay... Man, ich kann nicht höher zielen! Boah, von wo schießen die denn, ey? Nee, zurückgehen bringt da bestimmt auch nix! Okay, Freunde... Okay, Freunde... Ich muss überlegen! Ich renne erst mal wieder zurück! Boah! Boah, 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 boah! So, ich glaube, hier war ich doch schon ganz richtig! Der Typ ist tot! Oder kann ich hier einfach reingehen? Nein, kann ich nicht! Okay, Conker! Ich will da reingehen! Ich will da rein, Mann! Bringt nix! Hat der Typ einen Schlüssel, weiß ich! Typi! Schlüssel! Gib den Schlüssel! Du Arsch! Ich muss doch irgendwie was... Ich muss doch irgendwas machen können! Wenn ich schon nicht da oben rein kann? Da ist ein Einschussloch! Yeah! Einfach mal ein bisschen rumballern! Oder das Schloss abballern! Alles klar, Freunde! Wer braucht schon Schlüssel? Schlüssel, wenn er ne Uzi hat! Oh, Mann, ey, das Spiel wird jetzt richtig interessant und geil! Okay, Freunde! Hä? Oh, wow, wow, wow! Wow! Teddys! Wir sind ja wirklich Teddys! Oh nein, sag nicht die, wir ballern mich jetzt gleich alle! Okay! Oh, mein Gott! Wow, 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 wow! Freunde, Freunde, Freunde! Nicht so! So! Autsch! Du Arsch, Alter! Tschüss, Mann! So, okay! Nix mit Anvisieren hier! Bam, bam, bam! Ah! Deckung! Deckung! Oh, fuck eh! Ja! Wo bist du? Tschüss, Mann! Konkar, lad nach! Oh, fuck! Oh! Er hat mich erwischt! Wo kommt der denn her? Oh, ich dachte, sie wären ja zu dritt! So was Fieses! Egal! Nochmal dieselbe Scheiße hier, Mann! Aua, hey! Du Arsch! Du schießt auf mich! Konkar, knall ihn ab! Knall ihn ab! Boah, die Teddys sind ja echt übel, Mann! Die machen mir irgendwie Angst mit ihren Sounds! Konkar, das wäre echt geil, wenn du irgendwie selbstständig zielen könntest! Aber das kann ja wohl irgendwie nicht! Aua, da oben ist ein Teddy! Erstmal der da, und du bist der Nächste! Bam! Oh, du Arsch, Alter! Oh, nein, Konkar, schnell! Okay. Was jetzt? Wow! Laser! Okay, ich habe aber soweit erstmal alle gekillt! Wow, wow, wow! Gibt es hier irgendwo Schokolade? Bitte, lass es hier irgendwo Schokolade geben! Es gibt nicht eine Schokolade! Okay, ist mir egal! Ich hätte bestimmt auch auf den Feuerdingen schießen können, oder? Dann boom! Nee, doch nicht! Okay, Laser! Kann ich da durchkrabbeln, oder muss ich die abschießen? Ich guck mal! Es sieht mies aus! Ich kann auch niemals da durchkrabbeln, oder? Doch! Konkar hat einen neuen Krabbelmodus! Geil! So! Hä, 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 hä! Okay! Sieht gut aus! Konkar ist erschöpft! Es muss am Rauchen liegen! Oh, mein Gott! Das Rohr! Was ist mit dem Rohr? Warum ist da das Rohr runtergefallen? Oh, wie sieht Konkar denn aus, Alter? Voll müde und voll gestresst! Okay, was soll das Rohr da? Willst du mir gefällig werden, oder was? So, dem Rohr habe ich es gezeigt! Okay! So! Okay! Oh, Schokolade! Gut! Ich werde mal langsam um die Ecke zielen! Kommt da irgendeine Sau? Nein, da gibt es erstmal mehr Schokolade! Okay, Freunde! Wow! Ah, schieß Konkar! Schieß ihn! Der hat sich sauber Alarm ausgelöst! Verdammter Mist! Ah, Schiss, Mann! Oh! Konkar! Abgeschossen! Das war gut, Konkar! Okay! Mann, wie ich mit der Spielfigur rede, oder? Unfassbar! So! Wenn ich diese Mission überlebe, gehe ich freiwillig in den Irak! Freunde, ich würde sagen, der Part ist wieder vorbei! Genau an dieser Stelle hier! Ich bin der Meinung, es kommt ein sehr spannender Part des Spiels und ich bin richtig heiß drauf! Geil, Mann! Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn wir um diese Ecke da gehen! Oh mein Gott, noch mehr Teddys! Und Konkar wird inzwischen dann zum Kettenraucher! Bis zum nächsten Mal! Tschau! Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.